Was? Es ist schon wieder Advent? Dann dauert es zwischen Job, Weihnachtsfeier, Kampfschoppen und Last-Minute-Baumkauf gefühlt nur noch 48 Stunden bis Heiligabend. Jetzt bleibt nur mehr die Frage, wie bringt man sich da nur in Weihnachtsstimmung? Dekorieren, das liebe ich total, an alle Ecken und Enden im Haus, weihnachtliches Aufstönen. Ja, Weihnachtsstimmung ist für mich sowieso ein Termin ab dem Barbara. Barbara ist der 4. Dezember, da stellt man sich ein paar Barbara-Zweigerl, sprich Kirschzweigerl, weil ich bin ja Gärtner und da ist man natürlich mit solchen Sachen auch ganz gut verbunden. Das ist für mich so ein Tag, wo Weihnachten für mich beginnt. Aber Adventstimmung, ja je nach Vitro. Aber wir kommen schon in Advent, wir lassen es uns nicht nehmen. Und Weihnachtslieder, Last Christmas im Radio, ab dem Zeitpunkt geht es los. In weiterer Folge dann die ganzen Adventssonntage, das ist dann, wo ich in Weihnachtsstimmung komme. Und natürlich der Abschluss ist der heilige Abend. Für alle, die nun Lust haben auf Weihnachten. Frohe Weihnachten und genießt die besondere Stimmung, die es nur einmal im Jahr gibt.